Herzlich Willkommen bei VivoTerra hier und jetzt Nocebo vs. Placebo-Effekt Selbstheilung durch die Kraft der Gedanken ist möglich. Denn die Gedanken und geistigen Fähigkeiten eines Menschen können viel mehr erreichen, als man glaubt. Ja, im Grunde sind viele andere Bemühungen erst dann von Erfolg gekrönt, wenn der Mensch voller Zuversicht ist und auf diese Weise seine Selbstheilungskräfte mobilisiert. Nicht umsonst heißt es, der Glaube versetzt Berge. Und so kann die Einstellung eines Menschen diesen auch heilen, selbst von schlimmsten Krankheiten, es gibt ja keine Krankheiten plural, es gibt ja auch nicht die Gesundheiten. Es gibt die Gesundheit und die Krankheit und viele verschiedene Symptome. Also, eine Krankheit, eine Gesundheit. Doch ist es alles andere als einfach, seine persönliche Einstellung und die eigenen Gedanken zu ändern. Ideen gehen jeder Erfindung voraus. Gedanken schaffen auf diese Weise Materie. Und genauso können Gedanken auch den Körper beeinflussen. In die negative, aber auch in die positive Richtung. In also krank machen oder ihn heilen. Doch was nützt es, alle äußerlichen Details zu berücksichtigen, wenn man in Wirklichkeit unglücklich ist? Unglücklich, wenn man sich mit dem Partner nicht versteht. Unglücklich, wenn man nicht wertgeschätzt wird. Wenn man sich ausgenutzt fühlt, sich im Job gelangweilt oder gemobbt wird und eigentlich etwas ganz anderes tun möchte. Kurz, wenn man nicht wirklich das Leben lebt, für das man tatsächlich geschaffen ist. Häufig ist es sogar so, dass man selbst gar nicht merkt, wie unglücklich man eigentlich ist. Denn mit Hilfe von reichlich Ablenkung, TV, Internetkonsum, Arbeit, Drogen oder anderen Gänsefüßen, Brot und Spielen wird alles, was nicht passt, erfolgreich verdrängt. Ebenfalls müsste man sich ja mit den Missständen des eigenen Lebens beschäftigen und, was das Schlimmste ist, etwas ändern. Das aber ist unbequem. Lieber das Unglück, das man jetzt schon so gut kennt, behalten, sich beklagen, als eine Reise ins Neue und ungewisse Glück antreten. Nocebo übersetzt, heisst Nocere, kommt von Nocere, Schaden, ich schade, ich werde schaden. Und Placebo übersetzt, Placeire, Gefallen, ich werde gefallen, ich werde heilen. Was du höchste denkst, wirst du morgens sein. Gute Laune und positive Gedanken sind die beste Medizin. Gefühle und Gedanken haben einen starken Einfluss auf die Gesundheit. Der Begriff Placebo, so wie wir ihn heute verwenden, stammt aus der Pharmaforschung, wo jedes Medikament in der Wirksamkeit gegen ein Placebo getestet werden muss. Wenn das Placebo auch wirkt, verdeckt es die Wirksamkeit des Medikaments und das ärgert die Pharmaindustrie. Der Placebo-Effekt wird von drei Wirkungen gesteuert. Erstens, die Erwartungshaltung eines Patienten bezüglich der Wirksamkeit einer Behandlung. Zweitens, die Lernprozesse. Wenn ich mehrfach gelernt habe, dass Aspirin hilft, hilft mir womöglich auch eine wirkstofffreie Tablette, sofern ich denke, es sei Aspirin. Der Geist lenkt den Körper. Und drittens, je grösser das Vertrauensverhältnis und je besser die Kommunikation zwischen Therapeut und Patient ist, desto stärker wirkt der Placebo-Effekt, Klammer, salutogenetisches Prinzip. Das Gegenteil wäre Pathogenese die Lehre der Krankheit und die Salutogenese ist die Lehre der Gesundheit. Der Placebo-Effekt schafft tatsächlich messbare neurochemische Veränderungen im Gehirn. Warum nutzen Ärzte diese individuellen Selbstheilungskräfte ihre Patienten so selten? Dafür gibt es viele Gründe. Der angesprochene schlechte Ruf, Unwille, mangelndes Wissen darüber, wie der Placebo-Effekt nutzbringend eingesetzt werden kann und ganz praktische Hindernisse. Da man als Arzt unter Aufklärungspflicht des Patienten steht, darf man nicht einfach unbemerkt Placebo-Pillen verschreiben. Zudem gibt es eine gesundheitspolitische Ebene. Viele Ärzte wissen, wie wichtig die Kommunikation mit den Patienten ist, aber sie können es sich aufgrund von wirtschaftlichen Gründen nicht leisten. Sie können es sich überhaupt nicht leisten, lange Gespräche und ausführliche Gespräche mit dem Patienten zu führen. Ärzte sind in ihrer Praxis eben auch Kleinunternehmer und abhängig davon, was sie mit den Krankenkassen abrechnen können. Und ausführliche Gespräche mit Patienten werden nicht angemessen honoriert, also wird das nicht gemacht. Deshalb kehren viele Patienten der Schulmedizin enttäuscht den Rücken zu und flüchten zu alternativen Heilmethoden, deren Wirksamkeit wie auch die der Schulmedizin nicht immer bewiesen ist. Warum? Weil die meisten Heilpraktiker auch nur Symptome behandeln. Was denn sonst? Es geht auch nicht um ein Entweder-oder-so-währen, sondern um ein Sowohl-als-auch. Wir brauchen die Schulmedizin nach wie vor. Wir müssen aber auch zurückkehren zur einfachen und natürlichen Heilkunst, zur Erfahrungsheilkunst, zur Naturmedizin. Und dafür brauchen wir mehr Zeit und Engagement für die Arzt-Patient-Beziehung. Nicht selten verunsichern Ärzte ihre Patienten sogar mit unqualifizierten Äußerungen oder vorschnellen Prognosen. Da fallen dann Sätze wie, sie dürfen nichts mehr heben, sonst wird ihr Rückenmark abgequetscht. Dieser arme Patient wird keinen Stuhl mehr alleine verrücken. Das ist dann die Nocebo-Wirkung. Man bleibt in der Angst. Können schlechte Gedanken und Gefühle krank machen? Ja. Schuld ist der gänsefüßen böse Bruder von Placebo namens Nocebo. Der eigentlich funktioniert wie sein Lieberbruder, nur in die andere Richtung. Placebo und Nocebo sind Antagonismen, so wie Yin und Yang Antagonismen sind. In Erwartung von negativen Folgen reagiert der Körper ebenfalls negativ. So kommt es dazu, dass solche Prognosen sich sehr nachteilig auf die Lebensqualität und die Heilungschancen der Patienten auswirken. Wir sollten lernen, weniger Angst zu haben. Studien gehen davon aus, dass 50 bis 70 Prozent der Patienten, die eine allgemeine Arztpraxis aufsuchen, unter funktionellen Stören leiden. Das heisst, das ist morphologisch. Also morphologisch oder anatomisch gesehen nichts kaputt. Nur die Funktion ist gestört. Kopfschmerzen, Magen-Darn-Probleme, funktionelle Herzprobleme, welche Palpitationen, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris oder Ähnliches. Und meist sind es genau die Patienten, die besonders sensibel auf diese Nocebo-Effekte reagieren. Wie kommt der Nocebo-Effekt zustande? Eine Hauptrolle beim Nocebo-Effekt spielen Angst und Stress, wobei Stress nur eine andere Form von Angst ist. Wenn Menschen ständig unter Angst und Stress stehen, steigt die Anfälligkeit für Krankheiten. Wie ist es denn jetzt mit dieser Maskenpflicht? Wobei das ja nur eine Empfehlung ist, der Grunde dieser Zwang kein Gesetz, sondern nur eine Verordnung. Und Verordnungen stehen unter dem Gesetz, nicht über dem Gesetz. Das muss man sich schon damit auskennen. So, und wir sollten also wieder lernen, weniger Angst zu haben und die eigenen Selbstheilungskräfte stärker zu aktivieren. Warum kann ein Krankesorgan oder generell eine Krankheit wieder heilen und wieder gesund werden? Dazu gibt es einige Antworten. Die Einfachste ist, unsere Nahrung bildet unser Blut, unser Blut bildet unsere Zellen, unsere Zellen bilden unsere Organe. Alle Zellen erneuern sich permanent. Permanent bedeutet laufend, ohne Pause. Alle Zellen erneuern sich permanent. Krankheit ist nur ein Stadium, sonst wäre das Stadium starr und das gibt es in der Natur nicht. Der Mensch ist auch ein Teil der Natur und sein Körper ebenfalls. Geist und Bewusstsein ist genauso ein Teil der Natur. Starr gibt es in der Natur nicht. Gesundheit ist auch nur ein Zustand, ein Stadium. Und man kann es mit der richtigen Ernährung länger hinaus zögern oder sogar als Dauerzustand erhalten. Hier beschreibe ich genau, dass Homöostase funktioniert. Beispiel das Immunsystem ist ein Teilbereich der Homöostase. Aber ich erkläre damit noch nicht, wie und warum Homöostase funktioniert. Wenn Homöostase nämlich richtig funktioniert, entsteht gar nicht erst Krankheit. Denn die Definition von Krankheit kann auch sein, dass die Homöostase eben nicht mehr funktioniert hat. Also wie und warum kann Homöostase trotzdem wieder richtig funktionieren? Dass sie wieder heilt. Also Selbstheilungskraft, das ist ein anderes Wort für Homöostase. Wie ist das möglich, dass dieses Zellbewusstsein heilen kann? Wie weiss der Organismus, wie Gesundheit vor der Krankheit war und wieder richtig heilen können? Man spricht hier von Zellgedächtnis. Das ist wie beim Sport. Jemand, der Jahrzehnte Sport gemacht hat und nach einem Unfall wieder beginnt zu trainieren, baut viel schneller Muskeln auf als einer, der noch nie Sport gemacht hat. Und das ist ganz einfach. Der Körper weiss, was er zu tun hat. Haben wir also wieder viel mehr Vertrauen in die Selbstheilungskräfte. Alles Gute, bleibt im Frieden und bis zum nächsten hier und jetzt. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Untertitelung des ZDF, 2020